bwb ihr scheiß watson so wir sind heute wieder in regen unterwegs das ist trainingsvlog die dritte ihr seht das war ihr seht das wetter gar nicht mal so geil ich hab so schiss hat wir uns gleich die eier abfrieren ja schön für berning da seht ihr ihn auch den hässlichen fotzkorb www du scheißfotzer willkommen im video und ja wir werden jetzt erst mal anfangen auf dem steineiner ein paar lustige sachen machen ein bisschen mucke also machen wir euch erst mal ein edit für den steineiner auf ins edit das ist bwb und das ist der arsch hier fassen in fronten reingehe ich heute da ist er hey wir haben was lustiges entwickelt da ist er wir haben auch was lustiges im track hier werden pense also 9 oder 10 mourn im hier werden wir bei dem ihr habt mich sagen gerne ja gut ja questo ist gvas nutzen die bwb astrid wir Anyway das ist der Q came denn was stitches are du 24-23 gitarra digital 9 8 8 8 2 Kalt, es heißt Kotzung, ich hab Durst. Unsere Münsterländer Originale werden als naturbelassene Bier-Spezialitäten aus den besten Rohstoffen nach dem Reinheitsgebot von 1516 gebraut. Das ist das Werbevideo für das Bier. Sie sind ein Naturprodukt, lagern mindestens drei Wochen bei frostigem Minus 1,5 Grad Celsius. Und werden anschließend schonend filtriert. Wir legen Wert auf höchste Qualität. Das ist ein guter Tag. Wollen wir die Uhrzeit einblenden? Wie gebraute Landbier und damit ein echtes Münsterländer Original. Tonado, ich werde jetzt alles hier voll reiern. Und die leichte zurückhaltende Hopfennote. Die 0,33 Liter Bügelverschlussflasche garantiert dabei Frische bis zum letzten Schluck. Schmeckt, ne? Wussten Sie übrigens, dass schon im 15. Jahrhundert in unserer Münsterländischen Heimat von Bieren berichtet wurde, die mit Weizenmalz eingebraut worden sind? Send Nudes. Unsere Münsterländer Originale... Wir haben noch nicht mal Mittag. Das ist BWB und das ist der Arschkick. Du musst auf der Position bleiben. Oh Mann, ich treffe nur seine Rippen. Oder meine Hüfte. Geil. Geil. Dortmund ist doch cool. Wie hättest du's wecken? Wie hättest du's wecken? Bin ich bereit. Das ist Maurice Hölter. Und der ist ein Klepp-O-Mane. Das ist der Klammer-Affe. So, nachdem ihr den Steineiner-Edit gesehen habt, machen wir erst so einen Federeiner-Edit. Die Stahlkante ist scheiße. Der Einer ist scheiße. Aber egal. Ein bisschen lustige Scheiße geht. Die Stahlkante ist scheiße. Die Stahlkante ist scheiße. Jaaa! Ja! Oh Mann! Alter! Hölter hat Eierschmerzen darauf erstmal ein ordentliches... Ne? So schlecht geht dem jungen Hagen, Alter. Wer ist los? Das ist der Trenkante. Hey, sieh da! Brauchen Sie Hilfe? Nein, 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 nein! Das ist der Pinguin. Aber ich habe den Pinguin schon lange mitgemacht. Ich habe hier den Deckel. Okay, Gündje. Da ist Krankhäute hier. Nicht unten! Nicht unten! Nicht unten! Ja, Assi! Ich stirb jetzt! Nein! 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 Ich werde hier befummelt, Alter! Das gibt mir meine Menschen! Hey, du Fotze! Alter, du bist eine Fotze. 1, 1, 3! Du musst schon mit dem Kopf zuerst, Alter! Du langweiligert! Du Puzzling! Einer ist immer der Schlaue! Das ist der Wahnsinn! Alle geistig behindert hier! Alle geistig behindert, du bist mord! Einer ist immer als der andere! Alter! Hast du dich? Volles Vertrauen! Spenden auch sie für geistig behinderte Dreckskinder, indem sie ein Like und ein Abo und ein Kommentar da lassen. Ja! Will mir bitte Scheißfotz! Kauft unseren geilen Merch mit voll in die Nüsse! Penisspitze! Oh! Geil! Wie eingeschissen! Geil! Geil! Also! Wir machen jetzt die dreifache Scheiß-WC-Ente! Beim Sex ist unten liegen ja ganz geil! Bei der Scheiße werde ich unten liegen! Und ich glaube, das ist im Gegensatz zu beim Sex, ist das gar nicht so geil unten liegen! Nein! Doch! Ach! Aber scheißegal, lass uns rein in die Kack! Ich hab keinen Bock mehr! Ich hab keinen Bock mehr! Ich bin so gar nicht bereit dafür! Hey Leute! Das wird witzig! Okay, ich bin bereit! Ich spreche wahrscheinlich mit meinen Eiern gegen heute das Arsch! Hoffentlich! Drei! Ja! Zwei! Eins! Ende! Oh! Wie war's? Wie war's? Wie war's? Irgendeinen Witz haben wir in dem Rüstretrie! Nein! Wie war's? Wie war's? Lustig! Das war intensiv anders! Jetzt machen wir einen doppelt nahen Schritt! Ich schreibe jetzt mal die Kamera! Wo füllen das an? Bist du an? Ist die andere Arsch! Wer trete denn die jetzt in den Arsch? Hä? Wer trete denn die jetzt in den Arsch? Wer trete denn die jetzt in den Arsch? Einer, ich mach den jetzt! Ja, ne? Nachdem wir als normalen, haben wir sie viel mehr erhöht als mich. Hallo! Also, nachdem wir als normalen, einer hat ein Stein, einer, Wir wollen eh nichts Produktives beim Training rumkommen, machen wir jetzt ein bisschen was auf dem Dreier. Genau. Brenn ist in Ordnung. Oh! Fuck! Damn it! Ja, 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 ja! Ja! Der ist ein Waffel. Ich glaube, ich habe zwei. Sitten. Das ist ein Waffel. Das ist ein Waffel. Und die sind behindert. Das ist der Wahnsinn hier. Auf drei, ne? Eins, zwei, drei. Stand it! Oh, oh! Tsunami! Hallo! Hallo! Leider bereit, Jungs? Nö. Drei, zwei, eins. Stand it! Tsunami! Kommt die Kartoffeln! 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 Warte mal die Kartoffeln! Stand so wohl. Die filmt. Hier. Einmal mit Profis arbeiten, ihr Kackpotzen! Tsunami! 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 Optimale Fiberbälle! Ja, gut, Jungs! Oh Gott, ich bin Ninja! Tsunami! 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 Der Biter! Ich muss gerade lesen. 17% muss 37. Oh Gott. Guck mal den Brett von unten an. B-B-B, die Scheißplätze. Hallo. Ich muss sagen. Oh, oh. Gipfeln sie. Zeig mal nach vorne, die Vorderseite. Okay. Also wer braucht schon Sonnenschein? Bei diesem herrlichen Wetter hier in Rieten? Geht gar nicht besser, ne? Okay. Machen wir die Kamera wieder aus. Das ist der herrlichen Wetter. Ja, ich muss sagen. Ich muss noch mal in der Kampel runter. Und ich muss noch mal in der Kampel runter. Aber ich muss noch mal in der Kampel runter. Ich muss noch mal in der Kampel runter. das war eine geile season wenig produktives aber viel lustiger heute wie sieht das denn jetzt ja wir fahren jetzt nach mir nach hause dafür ist das video auch vorbei und im nächsten video nächsten sonntag seht ihr wie wir an einen ikonischen sport der schlappen sind nämlich den allberüchtigten berühmten lade rampen da fahren wir jetzt nämlich jetzt heute hin ihr seht es nächste woche sonntag lasst ein abo da lasst ein like da und wir sehen uns nächste woche die armen arbeiter bei diesem geilen wetter das war das geilste wetter BBW du Fotze aus